Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Super Mario 64. Wir gehen direkt rein in unseren Spielstand. 21 Sterne haben wir schon. Das ist doch ein Anfang. War jetzt gerade jemand zufällig, wie viele Sterne insgesamt das Spiel hat? Ich habe mir mit 100% vielleicht ein kleines bisschen viel vorgenommen. Naja. Ach verdammt, ich wollte die roten Münzen aufgugeln. Egal, wir gehen erstmal ins Wasserlöffel. Zur Not machen wir erstmal was anderes, weil ich nicht weiter weiß. Das ist ja kein Problem. Taure zur Schatzhöhle. Schatzhöhle. Okay. Gibt es hier schon eine Bombe? Ach nee, die Bombe war irgendwo anders, ne? Wegen der Kanone. Erst mal Münzen einsammeln. Auch 100 Münzen ist ja auch noch so eine Aufgabe. Ich glaube, das wird aber eher schwierig. Könnten wir sonst schon mal mit den roten Münzen... Ach nee, da ist die Bombe. Gucke mal. Ach, gucke da. Kann ich hier hoch nehmen? Okay, ich muss gerade erstmal wieder... ...mit der Schwimmsteuerung klarkommen. Das ist immer nicht so einfach. Habt ihr euch gesehen auf Facebook? Ich hab eine neue Bestzeit, ähm... ...16 Sterne Speedrun. Die hab ich auf Facebook gepostet. Bei... Bin bei 48 Minuten und ein paar Sekunden. Eigentlich so cool. Also ich bin auf jeden Fall schon mal unter einer Stunde. Deutlich unter einer Stunde. So, dann haben wir dich doch schon mal offen. Ich mein... Warum nicht, ne? Kannst du da bitte jetzt an die Kante springen, Mario? Danke schön. Immer muss ich mal erst drauf aufmerksam machen. Jetzt ist die Frage... ...da auch zur Schatzhülle. Das heißt, wir sollen auf jeden Fall tauchen. Ich hab das hier immer gehast. Oh, ich bin drinnen geblieben. Coole Sache. Können wir mal direkt versuchen, ob wir irgendwie... Das war die falsche Taste. Ich treff die aber auch nicht, ne? Okay. Okay. Die können wir nicht kaputt machen. Das ging doch mal, oder? Wollen wir es da rausstellen? Ah, die geht glaube ich nicht... ...weit genug. Okay. Okay, das klappt. Ich glaube, die roten Münzen waren noch... ...ähm... ...zu kompliziert. Oder? Ich weiß echt nicht mehr so richtig. Egal. Wir tauchen ab. So, ich möchte was sehen. Die Schatzhülle kann ja eigentlich nur das da sein. Da rein. Ja, der ist uns jetzt erstmal egal. Wir werden schon noch genug Leben sammeln. Wenn wir mal Game Over gehen, dann ist das halt auch so. Also auf die Leben achten wir jetzt nicht mehr extra. Genau, hier war die Schatzkammer. Fällt da auch direkt was um. Ah, ich hab's doch noch gewusst. Ich hab's doch noch gewusst. Das sind die Blanenmünzen. Da sind die Blanenmünzen. Eigentlich müssten wir jetzt schon... Oh. Mensch Leute, passt doch mal auf mit euren umfallenden Dingern. Das ist doch gefährlich. Eigentlich müssten wir jetzt wirklich die 100 Münzen machen. Wir sind dumm, wenn wir das nicht machen, weil wir haben schon 64. Ja, das müssen wir machen. 72. Dann gehe ich nochmal zurück. Ja, hast du dich nicht schon getötet? Ne, ich hab dich noch nicht getötet. Dankeschön für deine Mütze, liebbarer Gumba. Gumba sind das, ne? Das sind keine Kupas. Kupas sind die mit denen... Oh. Das hat's gebracht, die Arschbombe. Gumba sind die mit der Schale, ne? Ich komm grad beischöneinander. So. Wir sollten uns hier vielleicht ein paar lassen. Für Luftmangel und so. Schwimmen da zur Muschelkomm. Das haben wir jetzt mal auch geschafft. Dankeschön. Haben wir schon mal 78? Jetzt müssen wir nur nach oben. Unten sind noch zwei. Könnt man auch vorstellen, dass der Stern dann auch unten irgendwo ist. Aber jetzt müssen wir dann gucken, wo der auftaucht. Das ist dann jetzt halt einfach Glück, Zufall, wie auch immer. Auch ne rote Minze. Die haben auch schon gleich die roten Münzen alle. Was in anderen Leveln so schwer ist, ist hier so einfach. Wird hier nur Ehre schwert. Dank. Oh. Hier. Gib mir das Ding. Ne. Okay. Dann nicht. Geh auf. Dankeschön. Aua. Aua. Mario ist so doof und muss dagegen. Zehn Fählen noch. Okay. Zehn Fählen noch. Auf der Spitze von dem Ding ist noch ne rote. Ansonsten machen wir den roten Münzenstern. Äh, den, ja, den roten Münzenstern. Wenn ich das treffen würde, wäre das auch von Vorteil dezent. Und nur ganz, ganz leicht dezent. Das Gute ist ja, dass wir den, äh, 100 Münzenstern zusätzlich machen. Das sind zwei. Großartig, Münzen finden wir jetzt nicht mehr. Da müssen wir zur Kanonie. So. Hat das ja auch Sinn, dass wir die jetzt freigeschaltet haben. Sehr schön. Jetzt ist hier das Ding. Ich muss das da irgendwie treffen. Ich hab's grad wieder nicht mit, bin grad wieder nicht sensibel genug für das 10a. Wir versuchen das. Nein, nein, oh, ich war nicht hoch. Oh, hier sind Münzen. Die reichen. Die reichen. Ah, siehst du, das, das war alles geplant, dass ich da runterrutsche, weil ich wusste, hier sind Münzen. Das wollte ich euch zeigen. Ich wollte ganz überrascht tun, dass hier Münzen sind. Das war total geplant. Die reichen sogar. Ach stimmt, den krieg ich vor Ort, okay. Ja, jetzt sag ich, ja, super, schlau gemacht. Du bist ne ganz schlaue Jenny, bist du. Jawoll. Sagt ihr jetzt eigentlich Isiko oder Risiko? Das hab ich immer noch nicht so ganz verstanden. Wie viele Runden Münzen haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, super. Und die letzte, die ist bestimmt auf einer von den Spitzen. Na komm, versuchen wir das jetzt. Wenn wir das schon mal haben, dann brauchen wir nicht wieder unten in die Hülle rollen. Machen wir das danach. Wir sind ja spontan, flexibel. Jetzt aber. Komm. Voll getroffen. Wo ist die Münze? Verdammt. Die hier ist irgendwie keine Münze, Leute. Kann ich nicht als R gucken? Scheinbar nicht. Ich hab jetzt Angst, die falsche Taste zu drücken. Deswegen drück ich lieber nicht so viel. Dann dreh dich bitte. Kamera. Wo könnte die denn sonst noch sein? Dann. Kommen wir darüber. Tatsache. Ach, hier ist auch ein Stär. Ja, klar. Oh nö, jetzt haben wir den direkt eingesammelt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Na gut. Sieben rote Münzen umsonst gesammelt in zehn Minuten. Yay. Ah komm, ey. Zwei Sterne, das war doch erfolgreich. Können wir doch weitermachen mit dem Level. Es wirkt doch bisher ganz easy, das Level. Tauro zur Schatzhülle. Vierzehnsteine sollen ja. Vier ist bestimmt rote Münzen. Die haben wir ja alle auf dem Schiff und so. In den Muscheln. Die hatten wir auch. Sein irgendwo war noch eine Muschel mit einer. Die rote Münze ist da nicht da. Die ist in der Muschel. Das ist gerade ein... Ein Bug. So. Juhu. Dankeschön. Da unten ist auch nur eine rote. Ah, ist jetzt echt die Frage. Wo ist die letzte rote Münze? Ich glaube, das ist dann ein ähnlicher Fall wie halt bei dem Schnee-Level, dass ich das einfach nochmal googeln muss. Ich sollte mir das echt gleich mal aufschreiben. Nach der Aufnahme. Aua, ich hasse diese Teile. Die fallen auch immer da, wo man langläuft. Ha, ausgedrückt. So. Das ist bestimmt die falsche. Sag ich doch. Die vorderste ist immer die falsche. Die ist auch falsch. Alles klar. Ich tippe auf die hier. Yeah. Und dann tippe ich auf die vorne. Nein. Verdammt. Oh, ich hätte jetzt gedacht, das ist zu... Oh. Ja, die Reihenfolge sollte ich mir auch merken. Das wäre von Vorteil. Vielleicht. Ich finde das hier gerade so einfach, dass man wirklich die in der Mitte vorne als letzte nimmt. Das hat so ein Muster. Das finde ich doof. Nee, das ist mir zu einfach. Das akzeptiere ich nicht. Ich bin dafür, dass wir die Kissen umstellen. Wo ist denn der Stern? Da. Ich habe plötzlich gewonnen. Er hat immerhin wegen der Kiste nicht gesehen. Ich bin dafür, dass wir die Kiste nicht gesehen haben. Ich bin dafür, dass wir die Kiste nicht gesehen haben. Ich bin dafür, dass wir die Kiste nicht gesehen haben. dem die Kiste nicht gesehen haben. Ich bin dafür, dass wir die Kiste nicht gesehen haben.